jetzt nicht willkommen zum neuen Park und zwei ich weiß nicht ob wir woanders jetzt starten ich wollte er hat gesagt wir nach den letzten Jahren als er Wir machen den Weg. Achso, wir haben den Weg. Okay. Okay. So. Wir müssen hier weiter spielen. Versuchen wir was? Nein. Okay. 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 So, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Was hast du denn auf jeden Fall drücken? Was? 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 Ichxisn. Wann bitte ich starten, Pahkan? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, die werden da drin. Gucken wir mal ein bisschen zu. Ja. Jetzt müssen die nur wirklich Platzieren, die sind hilfreich. Wir müssen den nur mit. Bei den legen wir jetzt mal hier auf die Schalte, du wirst es echt nicht verabschieden. Achso, jetzt kommt er den, der ist ausgesucht. Warte! Weg, weg! Weg, weg! Weg! So schwer war das jetzt nicht, ne? Weg! 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 Kennt ihr das Lied? Ich nicht. Wäre ja auch mal eine interessante Frage. Kennt ihr dieses Lied oder könnte ich nicht? Wenn ich jetzt hier bei Google eingehen und gucke... Ah, das war das Lied. Vom Summen her habt ihr es gekannt. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Nervengift wird hier nicht angekündigt. Ich bin oben. Ich will diesen Fliegel stappen. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Gucken wir mal nach, ob das jetzt funktioniert. Ach so, das muss ich mal abmessen. Ja, was. Zufehligerweise. So, also wir stehen jetzt ja hier. Du musst einfach irgendein Fall schießen weg. Er fällt auf. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei den Gedanken kommen mir die Tränen. Du bist ein Oper, der kannst keine Tränen haben. Oh ja, wir sind heute so musikalisch. Musikalisch. Ich schlag nur auf meine Knie. Ne, gut, dass mein Hose kaputt ist. Die Teil 4. Die Überraschung. Surprise. Überraschung in 3, 2, 1. Ich habe gelogen. Überraschung. Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Oh, wir können keinen Stuhl mitnehmen. Schade. Oh, wir können keinen Stuhl mitnehmen. Schade. What the fuck. Ja, ist halt gerade ein bisschen Spaß mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Da bin ich. Ich weiß nicht. Au. 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 Oj... Ich hätte vielleicht nie die... Ich muss das nicht... Nein! Ich glaube nicht... Ich glaube es einfach nicht. So einfach ist es. Aber anders gibt es eigentlich nicht. Okay. Okay. Weh, um, um, um. Es ist eine Mitzvahe. Es ist eine Mitzvahe. Ah! Was ist ein Mitzvahe? Was ist eine Mitzvahe? Was ist ein Mitzvahe? Das ist ein Mitzvahe. Es ist eine Mitzvahe. Ich habe einen Mitzvahe. Ich habe einen Mitzvahe. Er ist eine Mitzvahe. Ich bin ein Mitzvahe. oh 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 ah ah man yes okay okay yeah So, jetzt ist das Problem. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die sie anrufen möchten, leben sie nicht. Legen sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Auf jeden Fall, Alter. Gut, für dieses Klammer schon ein bisschen länger gebrockt als vorher. Freut mich. Was ist jetzt? Hey, wie geht's? Ich habe mich wieder in die alte Nanoboad-Rege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein, darum... Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mache gerade Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch fünf. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanoboad von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Park. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du? Halte durch, noch fünf Kammern. Noch fünf Kammern, noch fünf Kammern, noch fünf Kammern, fünf Ganze Kammern. Fünf. Fünf. Sagen wir, wir haben 30 angefangen aufzunehmen, also ist ein Nanoboad des Schuers. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Hahaha. Setz. Seht. Nein. Diesen. um erst mal umschauen bis selber Oh... Hmm... ...hier... Eiii! Hätte ja klappen können... ...hier... ...hier... Hmm... ...nacht... ...hier... 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 Hier... ...hier... ...hier... ...huh... ...hier정... foll 수... ...ha...? ...ha'll... die scht s mit 3 Qs aber den Rest nach dem nächsten Das war's für heute, und das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's für heute.